Hallo und willkommen im Video zu summatiefen E-Assessments und Ihren Einsatzmöglichkeiten in Unterricht und Lehre. In den nächsten Minuten werden Sie mehr darüber erfahren, wie Leistungsbeurteilungen mit Medieneinsatz aussehen können, wie computergestützte oder webbasierte Anwendungen helfen, die klassische Leistungsüberprüfung organisatorisch zu erleichtern und wie summative E-Assessments traditionelle Prüfungsformate um neue Methoden und Szenarien bereichern können. Außerdem werde ich auf mögliche Nachteile und Risiken in der Umsetzung eingehen. Ein allgemeiner Hinweis vorab, Informationen zu den vielfältigen Möglichkeiten des formativen E-Assessments, also der Leistungsüberprüfung während des Lernprozesses, zum Beispiel durch den Einsatz von Lernquizzes oder von Audience-Response-Systemen im Unterricht, finden Sie in meinem Video E-Assessments, Einführung und didaktische Funktionen. Im Gegensatz zu formativen Assessments, die den Lernprozess begleiten und somit einen fördernden und motivierenden Charakter haben, haben summative Assessments ein anderes Ziel. Sie beurteilen abschließend den Lernerfolg und die Erreichung von Lernzielen. In Schule und Hochschule sind Sie üblicherweise mit einer Benotung verbunden, im Kontext der Weiterbildung manchmal mit einer Zertifizierung. Sie denken jetzt vielleicht an Computerprüfungen an Ihrer Hochschule oder sogar an Ihrer Führerscheinprüfung. Damit haben Sie absolut recht. Solche Online-Prüfungen mit geschlossenen Fragetypen wie Multiple-Choice oder Lückentext und mit einer automatisierten Auswertung sind zwar nicht das einzige, aber ein sehr großes Feld der summativen E-Assessments. Ihre Vorteile sind unter anderem eine effiziente Auswertung mit schnellem Feedback und Reduktion des Korrekturaufwandes sowie die Integration von multimedialen Inhalten. Fragen und Antworten können zusätzlich randomisiert werden. Die Lernenden erhalten Fragen in anderer Reihenfolge oder vollkommen unterschiedliche Fragen, was bedeutet, dass das klassische Abschreiben vom Sitznachbar oder der Sitznachbarin der Vergangenheit angehört. Auch die Zusammenstellung von Prüfungen erfolgt per Mausklick und schon werden Fragen elektronisch aus einem zuvor erstellten Fragenpool übernommen. Dieser Fragenpool lässt sich digital verwalten, wiederverwenden und archivieren. In der Praxis bedeutet die Erstellung von Fragenpools allerdings seinen vorgelagerten Mehraufwand. Allein die Erstellung von Multiple-Choice-Fragen mit guten Distraktoren, so nennt man die falschen Antworten, bedarf einiges an Vorwissen und Zeit. Es reicht nicht, sich eine Frage mit einer richtigen Antwort und drei Spaßantworten zu überlegen. Stattdessen sind einige Grundregeln zu beachten, um zu vermeiden, dass Lernende die richtige Antwort einfach erraten können. Für die Erstellung von guten Multiple-Choice-Fragen gibt es im Internet übrigens hilfreiche Anleitungen mit Checklisten. Zu betonen ist natürlich, dass sich nicht jede Art von Lernstoff und Wissen mit Multiple-Choice oder Lückentext abprüfen lässt. Am besten funktioniert das für klassisches Faktenwissen, jedoch können kleine Fallstudien oder Analogien ebenfalls mit Multiple-Choice-Fragen abgebildet werden. Übergeordnetes didaktisches Ziel sollte in jedem Fall sein, dass keine trivialen Fakten abgeprüft werden, sondern dass auch Fragen nach dem Warum die sogenannten Higher-Order-Thinking-Skills wie Analyse oder Evaluation anregen. Genau für diese Higher-Order-Thinking-Skills eignen sich alternative Prüfungsformate, die mit digitalen Medien umgesetzt werden können. Dazu zählen beispielsweise E-Portfolios, die die Dokumentation von Lernfortschritten und die Reflexion in digitaler Form ermöglichen. Auch kollaborative Aufgaben in einem Lernmanagementsystem oder Wiki sind eine Form von summativem E-Assessment, die zusätzlich digitale Kompetenzen und Teamfähigkeit fördert. Weitere Alternativen sind die Erstellung und Befüllung einer Website bzw. eines Blogs sowie die Erstellung von digitalen Lernprodukten wie Online-Quizzes, Lernvideos, Podcasts oder digitalen Arbeitsblättern. Neben einer inhaltlich vertiefenden Auseinandersetzung mit dem Lernstoff fördern diese Formen zusätzlich die Kreativität, technische Kompetenzen und die Kommunikationsfähigkeit. Für alle diese Formate gelten ein paar wichtige Grundsätze. Erstens, stellen Sie Ihren Lernenden die Beurteilungskriterien im Voraus zur Verfügung. Lernende sollen eine klare Vorstellung davon haben, was sie tun müssen und welche Kenntnisse sie erwerben müssen, um das E-Assessment positiv abzuschließen. Das beinhaltet den Umgang mit den verwendeten digitalen Werkzeugen. Vergessen Sie also nicht auf entsprechende technische Anleitungen. Zweitens, analysieren Sie die Ergebnisse der summativen E-Assessments, um Stärken und Schwächen zu identifizieren, sowohl die Ihrer Lernenden als auch der E-Assessment selbst. Wenn beispielsweise die überwiegende Mehrheit Ihrer Lernenden die summative Prüfung am Ende eines Moduls nicht besteht, kann das an der Inhaltsvermittlung bzw. an der Art des Assessments liegen. Drittens, kombinieren Sie in Ihrem Unterricht formatives und summatives E-Assessment. Selbsttests oder Online-Aufgaben, zum Beispiel zur Vorbereitung auf Online-Prüfungen, helfen Ihren Lernenden, sich nicht nur inhaltlich, sondern auch methodisch auf das summative E-Assessment vorzubereiten. Ein gut durchdachtes didaktisches Design mit einem Mix aus unterschiedlichen Formaten unterstützt so den Weg zum Lernerfolg. Bei Online-Prüfungen ist es außerdem wichtig, dass Sie die notwendigen organisatorischen und technischen Maßnahmen ergreifen, um einerseits gleiche Bedingungen für alle zu schaffen und andererseits Täuschungsversuche auszuschließen. Unter Umständen wird der Einsatz eines sicheren Prüfungsbrowsers notwendig sein, sodass keine Internetrecherche oder Kontaktaufnahme zur Außenwelt möglich ist und andere Software-Applikationen blockiert sind. Die Kosten für Hardware und Prüfungssoftware bzw. für die Einrichtung geeigneter Prüfungsräume sind hoch, wenn die Prüfung nicht im Bring-Your-Own-Device-Modus durchgeführt wird. Weiters braucht es natürlich Strom und eine stabile Internetverbindung sowie eine Aufsicht und Betreuung im Prüfungsraum, auch für technische Unterstützung. Zusätzlich haben summative E-Assessments hohe Anforderungen an Rechtssicherheit und Validität. Wenn Sie das jetzt alles abschreckt, summative E-Assessments in Unterricht und Lehre einzusetzen, kann ich Sie beruhigen. Dieses Feld ist aktuell sehr dynamisch und voller Studien über die Potenziale und die Umsetzbarkeit von E-Assessments in Schule und Hochschule. Was jetzt noch ungewohnt und aufwendig wirkt, könnte bald schon zum Standard gehören. Bis dahin lade ich Sie dazu ein, sich einzulesen und wünsche Ihnen viel Spaß beim Ausprobieren der Methoden. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.